Also den Plattenladen, den mache ich jetzt seit ca. 20 Jahren und angefangen hat das eigentlich schon nach dem Studium fast, weil ich das Studium eigentlich so als Plattenaufleger finanziert habe und da ist das halt irgendwie geblieben. Und wir haben eigentlich, ursprünglich habe ich das mit einem Kumpel zusammen gemacht, der Plattenspieler baut und Plattenspieler verkauft. Und der hat gemeint, er hat einen Laden, wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir ein bisschen Software mit dazu nehmen. Und dann haben wir das zu einer Zeit gestartet, wo jeder eigentlich nur seine Platten weggeschmissen hat und auf CD umgestiegen ist.